No Leute, Time ist hier. Counter-Strike 2 ist jetzt endlich richtig released, free to play für jeden. Wir gehen direkt rein. Wir sind Stegi, Hanky, Rumatra, Reapers und ich zu fünft. What the fuck? Was für ne crazy Combo. Ich bin komplett scheiße, das weiß ich. Müssten jetzt nicht wieder 400 Leute in die Kommentare schreiben. Mal gucken, was geht. Soll ich mich von Pros wieder hochcarryen lassen, dass ich der schlechteste Spieler bin überhaupt, aber trotzdem Global Elite irgendwann bin? Oder soll ich das mal lieber lassen? Schreibt's in die Kommentare. Boah, das sieht ja ultra schön aus. Viel besser als in der alten. Ich hab die Map noch nie gesehen. Achtung, jetzt chillt ihr hier. Ich war... Aus wie ne Call of Duty Map. Hey, 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 das blockt ihr hier. Hast du mal den Entry-Völkern gehört rein? Hardhead? Habt die Nade gesehen? Ich glaub ich nicht mehr so gut. Zwei Leute sind Banane. Sunstack. What? Ich hab einen! Ist der Red hier? In dercke? Nee, ist er nicht. Hilfe, Hilfe! Wow! Dafür hasse ich das Spiel. Man kann nicht sprinten. Oh, stehen einfach zu zweit. Dann ist, dann ist, dann könnt ihr A gehen. Dann kann der, der überlebende A gehen. Oh mein Gott. Besser. 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 Hübsch, wirklich hübsch. Ich muss auch nochmal aufladen. Jetzt wo du mir das Knife so zeigst. Wir sind ja aufladen. Kauf denn so viele das. Ich mach meine letzte Kiste. Welches Knife ist krasser? Ich mach meine letzte Kiste, Jungs. Ich hab aus 100 Euro 4 Euro gemacht circa. Nee, tatsächlich gewinnt Reapers sein Knife. Warum? Ja, das ist schon, Alter. Weil Reapers sein Knife irgendwie wirklich einfach aussieht wie es wärs... Wie Emerald, aber es ist Phase 3 einfach. Ja, es sieht wie Emerald. Wie viel kostet das Messer? 2.500, Max. Bist du dumm? Kann man das voll absetzen? Wie viel ist eins wert? Darf ich nicht. Der Typ ist low, aber glaub ich. Wie viel ist das wert? Schön Reapers. Das spielt auch gut. Lass uns wieder Bananen gehen und wieder die Nades abwarten, okay? Bin ich hier sicher, Romatra? Ja, sicher bist du da schon. Auf, auf, auf. Die sind so bad, Jungs. Zum Glück. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Die sind so shit. Wo kann ich T-backen? Nice, Freunde. Wie sehr würde sich Reapers ärgern, wenn ich mir das gleiche Messer kaufe? Du kannst dir noch besseres kaufen. Treffer, der senkt. Er sagt das so, er würde dich richtig ärgern, glaub ich, weißt du? Hol dir das selbe nur in Kopletzmacher kostet halt 20.000 statt 2.500, ne? Boah. Das wäre ein Investor, alter. Das Messer ist aber krank. Also mein Messer ist, also, jetzt Eigenlob stinkt, aber das ist wirklich krank ins CS2 geworden. Ich hab alle Fades, sag uns. Sane. Oh, wie viel, wie viel Schaden, wo kann ich das sehen? Oh, unser Mate hat die Bombe verloren. Wo kann ich das nicht, wo kann ich das nicht? Ja, wir haben die Bombe auch mal zusammen. Mate alleine, ah! Max, was machst du? Was mach ich? Was mach ich? Jemand hat die Bombe gegeben, ja, das ist schwach. Ah, Rito, oder wie das heißt, denk ich. Weiß nicht. Stegi, der hat ja gedrückt, wenn man mal ehrlich ist. Ich sage... Ich hab Hit hinten. Wer ist das hier? Reapers stört. Schön. Oh, falsch gesagt. Was hast du nochmal gesagt? Nichts, hab mich fast gesprochen. Ich will die M16 spielen. Warum ist die jetzt komplett weg? Ich hab auch ne geilen Skin für dich, Max, danach. Zeig ich dir. Weiß nicht, was CT heißt. Gibt's ne M16? Konzer Terrorist, Bro. Verteidiger. Aber da geht's ne M16? Ne, ne, M4, meint er. M4, meint er. Ja. Oh, spielen wir Double AK schon? Hier ist mein, hier ist mein Spot, Romatra. Verpiss dich. Bro, warum stehst du denn da? Hier, ich aim just in Engel. Ist doch geil, oder nicht? Ne, ist in Ordnung. Weißt du, ist wirklich in Ordnung. Lass mal noch eine. Lass mal A gehen. Nein. Also ne, ich hab durch Ball. Oh mein Gott, Alter. Als ob er dann, dann rausschaut. Er greift grad nichts. Der Wichser. Sie trollen ja komplett. Direkt rausgetaschen. Nein! War, ich lass mich standing? Ne, oh mein Gott, hatte schon Angst. Oh mein Gott, ich hab eine Molly in die Smoke geworfen. Warum? Warum? Wir schaffen die nicht mehr, wenn die können... Die sind da. Wir saven. Geh dein Messer safe nicht, das ist... Ja, sag doch mal, wie es aussieht, Bro. Bitte. Sieht toll aus, aber stell dir vor, es fällt runter und ist dann weg. Das ist der Kratz. Stell dir mal vor. Wow. Wenn man hier was reinsteckt, dann auch ins Messer, ne? Ja, würde ich ins Messer machen. Ja, Messer und Gloss. Also mit Messer anfangen, genau, dann Handschuhe und dann Einzelskins, wenn du irgendwas unbedingt haben möchtest. Keine Kisten. Keine Kisten. Kisten mach ich auf gar keinen Fall. Ist ja noch abgefuckter als Fifa. Nee, Fifa hat noch mehr Belohnungssysteme, also... Die übertreiben noch mehr mit dem... Ja, aber hier kriegst du fucking echt Geld drauf. Genau, das ist der Punkt. Das ist der allerkrasseste. Das fickt alles. Und den kannst du aus einer 50 Cent Kiste, kannst du einen theoretischen Skin für, keine Ahnung, 10.000 ziehen. Kannst ein Haus. Kannst ein Haus ziehen aus einer Kiste. Das ist noch kranker als Fifa. Bei Fifa ist es wenigstens weg. Warum kommt da nie einer? Das verstehe ich nicht. Max, du bist wieder allein, ne? Ja. Hörst du? Hab einen. Oh, hab ich den getroffen vielleicht? Hab da richtig Radau gemacht. Wie ihr Corners peakt ist so witzig, aber das Aim ist nice. Wieso, wie peak ich denn die Corners? Warte, das ist meine Position. Oh mein Gott. Du hast ja eben Aims da links ab, du Wichster, hä? Du bist dann hier einfach durchgelaufen, du Assi. Oh mein Gott. Du bist dann hier einfach durchgelaufen, du Assi. Und Matra? Du kannst Tab drücken und da kannst du auf einen Namen rechts klick machen, den Link klick machen. Und dann kannst du Fadenkreuz kopieren einfach sogar. What the fuck? Es gibt nicht eine Position auf dieser Web, was soll das denn? Das ist, mir ist scheißegal viele Positionen. Es ist meine Position, die du abgelaufen bist. Warum tötet sich mein Team gegenseitig? Was ist da los, Alter? Ich gehe nie wieder nach A. Chat, wir dürfen nie wieder A anspielen. A ist die Position von Max. Es ist gelogen. Es ist gelogen. Apartment-Verbot. Ist wirklich so. Hanky! Bro, what? Oh, oh. Nach vorne push, töd ich dich. Okay, ich töte Hanky. Hanky, du hast auch Apartment-Verbot ab jetzt. Wieso denn? Ist meine Position? Wieso begreift das denn hier keiner? Hier camp ich und ihr lauft immer genau da durch, wo ich campen will. Digga, Hanky, ich fasse es nicht. Das ist mein Flank, wenn ich jetzt sterbe, ne? So, Hanky, ich raste aus. Du hast gestappt und dadurch wusste, dass wir kommen. Ich hab gar nicht gestappt, Bro. Und jetzt kannst du den Kill abstauben. Oh mein Gott. So, ich hab null gestappt. Das ist so geil. Ich hab null gestappt. Ich hab die ganze Zeit geschlichen. Und diese Mates so laut rumtrampen. Nee, ich denk, du hast ihn schon verkauft. Wir throwen das hier grad noch. Das ist ne CT-Sided-Map. Die müssen wir gewinnen. Das ergibt dann gar keinen Sinn, was du da sagst. Aber ich war witzig. Irgendein Fachbegriff. Begriff war gut, ne? Hättest du T-Side gesagt, dann hätt's gekracht. Was ist denn T-Side? Terrorist. Terrorist. Terrorist und Counter-Terrorist. T und CT. Hänky. Hänky kriegt die Bombe. Oh, ich hab mehr Ding passiert. Kein Bombe. Ich quitter. Gamesquittet. Der ist hier links. Pass auf. Ich auch? Auf einmal trifft der alles? Das verstehe ich nicht. Der trifft echt alles. Hey, komm mal mit Bombe vor. Hänky. 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 Ich hab 30 Leben, Bro. Mann, ohne Jump-Scare. Ich will nur ein bisschen ballern und mich nicht erschrecken. Eine war Banane. Oh, oh, oh. Hast du in die Augen geschaut? Was war das denn? Oder auch vor allem viel zu lange in die Augen geschaut, ne? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Bro, du warst natürlich. Oh, sorry. Ich denke, oh, die sind alle glatt. Wie lange schaust du ihn an? Ich flash für euch in drei. Zwei. Von hinten. Hey, uns war das jemand. Hinter mir oben, bei mir, oben bei mir. Oh, die flash hat mich gefickt. Schön. Oh, ist das der letzte? Oh, ist das der letzte? Gott sei Dank. Hanky, panky, well fucking played. Kann mich einer mit den Covern zum ersten Mal? Gut geschossen, Hanky. Oh, ist das ehrlich. Ja, darfst du auch nicht rumpieken hier. Ohne Waffe. Nein, hast du mit dir. Ich hab jetzt deine AK und die ist schön. Hab ich nicht getroffen? Hab ich nicht getroffen? Hab ich nicht getroffen? Du willst mich boosten? Ja, ja, komm. Guck mal rüber. Oh, alter Teamplay. Letzte Runde. Will ich mir jemand ne Waffe kaufen? Ja. Zu spät. Okay. In 40 Minuten Counter-Strike 2 live wurden 40 Millionen Kisten ausgegeben. Was? Ist das krass. In 40 Minuten 40 Millionen. Ohne hat eine Million davon. Sieh, das war die Hände, Bro, alter. Ah! Wie viele? Ich hab von vier Seiten Headshots kassiert. Aber gut, oder? Ich hab einen Shift bekommen! Alter. Ich schwöre, ich kriegst du Dinger von dem. Das verstehe ich nicht. Der hat drei Fracks. Die bin dreimal ich. Digga, die Gegner sind Arsch mit Ritze. Das ist nichts. Selbst ich hab fucking... Ach, das war der letzte. Nein, ich dachte einer kommt hinter mir. Acht Minuten. Mehr Punkte als Romatra? Da liegt der AWP vor... Ah, nevermind. Besser? Oh mein Gott, war Seitenwechsel. Spät euch eben acht Minuten an den Eiern, dann wenn ihr fertig seid, bitte. Eierspielung. Das Ding ist, Romatra ist auf dem Scoreboard unter Max. Ja, das verstehe ich auch nicht, wie man so kacke sein kann. Ich bin auf Max seine Pose gegangen, das hat Minuspunkte gegeben. Das Game weiß das. Er hat ihn umgebracht. Das Game sieht so hübsch aus. Hilfe. Sieht aus wie ein gutes Call of Duty. Sieht echt hammer aus. Digga, was drückt der mir mit einer kleinen Pistole? Tut der noch ganz ticken? What the fuck? Hab ich gesehen? Hä, aber du hast... Ich war mit meinem Pfannenkreuz... Nein, du warst an der Wand. Na, also komm schon. Drei Headshots hat er mir gedrückt. Wer ist der fünfte, der hier redet? Ich glaub du meinst Stegi. Ne, ich rede immer! So, du bist auch nicht mal mute, du redest einfach 20 Minuten nicht. Ich rede die ganze Zeit. Wo ist der Gegner? Der B, der muss B drauf sein, oder? Echt? Nein, ich glaub der ist. Okay. Wie kam der denn da zum Mitte, hä? Ich hab keine Ahnung, der kam von A. Darf ich ne Waffe nehmen? Oh geil, danke. Guck mal, wie schön ist die? Drück F um so anzugucken. Was kostet die auf dem Tacho? Boah, auch über 200, glaub ich. Die ist echt toll, dann spielt sich gleich viel besser. Eine Banane, drei Leute, zwei Leute. Was?! Oh mein Gott mag's auch. Hä, was, wieso sind die so gut? Ich hab ne Frage an Stegi. Hau raus. Du streamst ja ohne Facecam? Ja. Und Romatra sagt, man kann als Video-Youtuber aber trotzdem bei Events und so dabei sein. Dass du jetzt zum Beispiel einen Boxkampf bekommst, oder bei der 10 Tage LAN-Party dabei bist, vor der Cam, oder dass du bei den Bundesjugendspielen und sowas dabei bist. Aber wie? Aber ich sag auch, das macht gar keinen Sinn. Hat der Lack gesoffen? Was ist mit ihm denn los? Was hab ich Ihnen auch gesagt? Danke, Stegi. Hä? Guck mal. Oh mein Gott, ist auch was. GG, Jungs. Schöne Sache, Harry. Wie soll ich das denn machen? Ja, das frag ich mich ja auch. Der hat darauf geschworen, dass das geht. Romatra, was hast du gemeint? Ich meinte, es gibt VTuber, die trotzdem ihr Gesicht zeigen. Und dass die dann auch auf Events vorbeivertreten sind. Wenn sie das halt wollen. Ach so, du. Oh mein Gott. Es ging dir darum, halt einfach Facelink zu machen und dann dorthin zu gehen. Nein, es ging mir nicht darum, dass du jetzt Facelink machst. Es ging mir darum, dass Leute halt auch ihr Gesicht zeigen und dann halt trotzdem VTuber sein können. Dass beides möglich ist. Das war meine... Ja, okay. Aber wow, wie NPC ist das denn? Ich zeige mich bei dem Event, da gehe ich nach Hause und mache wieder Facelink aus. Ja? Das ist es doch nicht. Danke, Stegi. Das ist es doch gar nicht, oder? Ja, aber es geht doch nur darum, dass das Leute machen. Stopp, 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 stopp. Aber Leute, weiß ich nicht. Ich mache eine ganz andere Sache. Was denn, was denn? Ich sage, ich bin raus. Nee. Sego. Ich möchte das jetzt nochmal ausdiskutieren. Warum hat er gesagt, das ist eine smarte Idee. Weiter bitte. Hä? Natürlich könnten das manche Leute machen, aber das ist ja nicht smart.